Donnerstag, Zeit für eine weitere Folge Ludoki Q&A. Ich bin Taik Abolela von der Ludoki GmbH und diesmal machen wir weniger ein Ludoki Q&A, sondern nur ein Ludoki Q, weil heute habe ich eine Frage an dich. Und zwar ist im Vertrieb gerade immer so das Thema, wo kriege ich gute Verkäufer her? Und darum habe ich zwei Fragen an dich, wo ich sehr gespannt auf deine Antwort bin. Frage Nummer 1, was macht denn für dich einen guten Verkäufer aus? Frage Nummer 2, wo finde ich einen guten Verkäufer, der vielleicht noch gar nicht weiß, dass er ein Verkäufer ist? Ich bin so gespannt auf deine Antwort. Frage Nummer 1, was macht denn für dich einen guten Verkäufer aus?